Okay, wow, hallo, das sieht ja wirklich ein bisschen anders aus, als ich erwartet habe. Los geht's. Wow, schönes Fahrgefühl, echt, super. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so gedacht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was ich gedacht hätte. Ich habe nichts erwartet. Also ich habe ehrlich gesagt mir noch nicht viele Gedanken über Opel gemacht. Ich sehe kaum Opel. Ich nehme Opel in dem Sinne gar nicht wahr. Was ist Opel? Also ich finde es elegant einfach. Elegant, wie alles verarbeitet ist. Hier wirkt irgendwie nichts billig. Langsamer fahren, um mit Verdeck zu bedienen. Gut, gut. Okay, fast 50. Super. Ist gar nicht so kalt, ehrlich gesagt. Obwohl mir ja gesagt wurde, dass diese Sitze im Sommer hitzereflektierende Sitze sind. Also das heißt auf gut Deutsch, Mädels, setzt euch in euren Shorts bei Praller, sondern dieses Auto verbrennt euch nicht den Arsch. Cool. Super. Superschön. Okay. Gut, gut.